Wer im Knittelfelder Ortsteil Apfelberg wohnt und zum Arzt muss, hat es seit 2016 nicht mehr weit. Das Allgemeinmediziner Michael Hochsteger heute mitten im Zentrum von Apfelberg Patientinnen und Patienten behandeln kann, ist eine direkte Folge der Zusammenlegung der ehemaligen Kleingemeinde mit Knittelfeld. Im früheren Apfelberger Gemeindeamt findet der aus Wien stammende Arzt 2016 den idealen Standort für seine Praxis in der Region. Denn anders als in der Knittelfelder Innenstadt war dieser Ortsteil bis dahin medizinisches Brachland. Die Standortfrage war natürlich gegeben, insofern ist die Lokalität hier etwas außerhalb von Knittelfeld nur mir zugute gekommen. Also durchwegs positive Erfahrungen habe ich gemacht. Erstmalig haben wir im Ortsteil Apfelberg eine ärztliche Versorgung, was wirklich ein Meilenstein für uns ist. Und dadurch alleine hat sich die Fusionierung eigentlich schon ausbezahlt. Zusätzlich zum Arzt haben sich in dem großzügigen Gebäude auch eine Psychotherapeutin sowie mehrere Privathaushalte eingemietet. Eines von vielen erfolgreichen Beispielen für nachhaltige Weiternutzung von fusionsbedingt freigewordenen Gemeindegebäuden in der Steiermark. Zum Vorteil von Bevölkerung und Gemeindekassa. Menschen sozusagen, die Hilfe bedürfen, auch im Gesundheitsbereich, sind oft nicht sehr mobil. Und deswegen der kurze Weg zum praktischen Arzt und das wird sehr toll angenommen. Ich wohne dann nur 200 Meter weg und bis zu meiner Arbeit sind es auch noch 500 Meter. Jetzt ist der Arzt genau zwischendrin. Und Sie sind zufrieden? Sehr zufrieden. Der Doktor zahlt genauso Miete wie es sind noch, glaube ich, drei Wohnungen in diesem Haus und das ist, glaube ich, durch diese Mieteinnahmen ist diese Erhaltung für diesen Gebäude automatisch bedeckt. Auch sonst hat sich in Knittelfeld, das mittlerweile mit knapp 13.000 Einwohnern die größte Stadt im Bezirk Murtal ist, durch den Fusionsimpuls viel bewegt, wie der Bürgermeister erzählt. Dringend nötige Millioneninvestitionen in den Hochwasserschutz waren dadurch ebenso finanziell stemmbar wie die Renovierung von Kindergärten oder der Bau von zwei neuen Spielplätzen. Ein örtlicher Nahversorger in Form eines Wohlfühlladens wurde geschaffen und im neuen Ortsteil Apfelberg fanden sich Flächen für groß angelegte Wohnbauprojekte, die zuvor in der Stadt aus Platzmangel nicht möglich waren. Dieser Ortsteil ist jetzt derart attraktiv. Zuzug findet statt und das ist, glaube ich, das Boshilfesignal, das wir alle erreichen wollten.